Ich bin hier vom Feister und schaue noch ein bisschen am Strand runter. Hoi zusammen, Sie werden jetzt vielleicht gefragt, was Sie hier am Feister machen. Wir sind wieder für drei, vier Wochen in uns zweiter Ferienhaus ins Meer gegangen, weil ich so will jetzt, man kann nicht immer daheim hanken. Schaue dir das mal an. Schaue dir das mal an. Schaue dir das mal an dem Strand. Hoi, alles klar? Okay. Ja, wir kommen auch gerade. Ja, so kann man da schon leben. Schaue dir das mal an. Schaue dir das mal an. Schaue das Meer. Hier unten ist wie mein Mund zu mir. Zuwendig möchte ich es mit. Komm du, ich mag da nicht mehr sehen. Ja, wir geben dir richtig die Augen an. So etwas muss man sehen. Also, hört mal. Ich gehe jetzt auch noch am Strand runter. Ich zeige euch dann schnell nachher, wie man den Strand aussieht. Seht euch klar, alles zu weg. Ja, das muss sein. Uh, uh, uh. Ari, wir kommen gerade. Okay. Okay. So. Ich bin jetzt auch am Strand unten. Ich sehe jetzt aus. Ich glaube, das kann mir auch nicht viel sagen. Wo viele schwimmen hier? Ja. Ja. Jawohl. Habt ihr mich gelohnt, oder? Ja. Schaue dir jetzt mal. Schaue dir das Meer an. Schaue dir das Wasser an. Und dann fassen wir die Füße zusammen. Ja. Na komm. So kann man schon ein wenig die Welt rausschauen. Und ein wenig. Ja. Und wenn es manchmal auch nur ein Junge ist. Lustig muss es sein. Und es muss gelten. Ich kann doch nicht immer am Freitag hüpfen gehen. Ja. Ich gehe lieber den Strand ab und gleich hüpfen. Dann wird ja auch wieder so ein Freitag. Ja. Ja. Gehen lieber durch das Wetter und durch die Umwelt. Ja. Heiß, kalt, grün, blau. Was soll es denn noch werden? Nein. Bleibt mir im blauen hier. Im blauen Wasser. Ja. Okay. Dann müssen wir wieder weiter schauen.